Der Task Lost and Found. Am besten startet ihr bei der Landing Zone Charlie 2. Von dort aus kämpft ihr euch in die Nähe des Holzfällerlagers. Dort angekommen, findet ihr im hinteren Bereich der großen Halle die Leiche. Nehmt das Medaillon zur Identifikation mit. Kämpft euch dann zurück zu Charlie 2. Viel Spaß in Grey Zone Warfare, euer Kyni. Bis zum nächsten Mal.